Tanzprofi Ekaterina Leonova und ihr prominenter Tanzschüler Timon Krause galten ab dem möglichen Kurs am Ende ihrer Rumba. In Show 4 als mögliches neues Let's Dance Traumpaar. Es gab ein Dementi, doch die Gerüchte wollen nicht verstummen. Leider war für das Let's Dance Traumpaar Ekaterina Ekater Leonova und Timon Krause im Halbfinale der RTL-Tanzshow Schluss. Doch die Liebesgerüchte um die Profitänzerin und den Mentalisten verstummten deshalb noch lange nicht. Nicht zuletzt die 36-jährige Rekordgewinnerin der Show. Und ihr 28-jähriger Tanzschüler heizten die Gerüchte mit ihrem gemeinsamen Instagram-Post nach der Show an. Zu einem Foto, das die beiden glücklich lächelnd Arm in Arm zeigt, und einigen weiteren Bildern aus der Show schrieben sie emotionale Zeilen. Wir werden unsere gemeinsame Let's Dance Zeit natürlich sehr sehr vermissen. Sind aber vor allem dankbar dafür, dass es so schön war. Und ganz wichtig, Team T-Cut bleibt natürlich auch bestehen. Fans wünschen alles Gute für eine gemeinsame Zukunft. Dass die Chemie zwischen E-Kart und Timon von Anfang an stimmte, wollen insbesondere auch ihre Fans gespürt haben. Unter dem Post zeigen sie sich begeistert. Alles Gute für eine gemeinsame Zukunft. Ich hab den Funkensprung von Anfang an gespürt. Auf mein Bauchgefühl ist Verlass. Souveräner Abgang, ist zu lesen. Oder Ihr beide seid so ein wundervolles Team, nicht nur auf der Tanzfläche. Ihr seid so eng zusammengewachsen. Und seid bis zuletzt euren Weg gegangen. Eine weitere Followerin kommentierte. Hier stimmte doch alles. Würde ich mal sagen. Und eine andere fasste es ganz einfach so zusammen. Traumpaar. Nach dem möglichen Kuss am Schluss ihrer Rumba-Performance im abgedunkelten Studiosaal in Show 4 flammten die Liebesgerüchte so richtig auf. In einem Interview mit RTL gab es damals allerdings ein Dementi von Timon Krause. Jetzt müssen wir leider das große Showgeheimnis lüften. Wir haben uns nicht geküsst. Natürlich nicht. Mozi Mabuse glaubte ihnen gleich, Joachim Jambi schwärmte. Wie eng verbunden E-Kart und Timon dennoch sind, das fiel auch den Juroren auf. Ihr seid für mich bei Let's Dance wie ein kleiner Stern, der allein da steht. Dieses Zusammensein von euch. Ich glaube euch, sagte Mozi Mabuse nach der Contemporary Performance des Tanzpaares in der Show. Und auch der gestrenge Joachim Jambi schwärmte. Ich fand das sehr zusammen von euch zwei. Sehr innig.